Heyo Leute, Bardo hier. Willkommen zurück bei World2ZoLort, wo ich versuche in Liga 1 zu kommen. Aktuell habe ich ein paar Probleme, überhaupt in Liga 3 zu kommen, aber wir haben noch drei Spiele über für einen Sieg. Und ja, das nehmen wir mal an Angriff. Und anscheinend mit dem Wiese im Tor. Ich weiß nicht wieso, aber ich vertraut's. Komm, gehen wir jetzt immer so ein Training gehen. Der muss jetzt hier richtig gut sein. Guck mal, wie wir es an. Das hat er. Ah, ist immer noch scheiß. Okay, was hat er für ein Team? 84. Star Wars, Aguero, Muni, Tuile, Company, ach, Tuile, ach, okay. Ist egal, ey. Das ist ein Team, was bei uns im Schlagreich weit steht. Okay, ich spüre meinen Aufstieg. Los geht's. Oh, oh. Nein. 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 Wackt, wackt, wackt. Oh, wie wir den zerstört haben gerade defensiv. Okay. Gündogan. Oh! Wer hat hier... Oh, was ist... Oh. Oh Gott, das ist gut gespielt, das ist gut gespielt. Oh Gott. Bitte, bitte. Na, was? Nein. Nein. Das Tor war leer. Bitte. Das Tor war leer. Nein, Mann. Oh, nee. Götze. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, die Lecks. Die Lecks. Ey, durch ein Leck hat er sich die Chance... Ey, ich hab... Es ist nah dran, unspielbar zu sein. Jetzt macht er einen Langball. Ich kann nicht verteidigen. Ich kann den Langball nicht verteidigen. Es ist nur Pace. Es ist nur Pace, was ihn von mir unterscheidet. Pace und Geld. Götze schießt das schönste Tor, was er bis jetzt hier gemacht hat und ist total egal. Es bringt überhaupt nichts. Jetzt sind es nur noch zwei Spiele für den Sieg. Keine Ahnung, ob wir es noch schaffen, wenn die Eingabe lecks so bleiben. Ich versuch's nochmal. Es ist mir jetzt egal. Nein, ohne Wiese. Nein, ohne Wiese. Ganz ehrlich, Wiese war... War scheiße. Wiese war scheiße. Weg. Tue ich lieber Markus ins Tor. Well, folks. It's time to kick it old school. So you can feel cool. Ha ha ha. Give it to my baby. Ha ha ha. Warum muss der das Trikot jetzt wechseln? Baby. Ha ha ha. Zwei in Forms. Cool. Nein. Nein. Wieso schenkt er denen Eckball? Und den machen... Wieso machen den alle kurz? Das ist dumm. Ja. Oh! Ich krieg' einen Freistoß in ne extreme guten Position. Okay, dann könnt ihr. Ich kann den von da. Ich kann den von hier. Ich mach den, ich mach den, ich mach den, ich mach den. Nein, das Tor war wieder leer. Okay, Bentner. Bentner! Yes! Bentner! Das war's, ey, das wär's. So ein Doppelschlag, ey. Toll, Elfmeter. Nein, nichts. Wir waren da. Bitte. Yes! Yes! Es schwimmt. Es ist geschwommen. Die Finsen von 4 machen rein. 2-0. War nicht mal so faul, aber muss Freifluss gehen. Aber ich mach doch schon irgendeine cheesy Variante. Ich will doch schon den Käse. Where hat meine Variante versucht? Oh, nee. Er wäre der Reingang, ich hätte so schwimmen müssen. Aber der macht wieder eine komische Variante. Oh. Oh. Mega leck. Vielleicht ist er gelieft. Er ist gelieft. Er ist gelieft. Er ist gelieft. Sieg. Bitte. 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 Wie er denkt, ich wäre gelieft. Wie er denkt, ich wäre gelieft. Warum soll ich liefen beim 2-0? Okay, kann sein, dass jetzt die Facecam ausfällt mit diesem Spiel. Ich hatte doch schon gewonnen gerade, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Er ist afkar. Er ist e... Ich glaube, der ist immer noch afkar. Nee, er ist wieder da. Hä? Nee, er ist immer noch afkar. Und ich... Wieso mache ich ihn nicht, wenn er afkar ist, Mann? Ich glaube, der hat einfach einen leeren Controller oder so. Jetzt ist er ja... Jetzt ist er... Okay, jetzt ist er wieder da. Yes! Alonso! Was ein Wies-Tor! Yes! Ist irrelevant, wenn ich nachher wieder von EA rausgehauen werde und ich angeblich gelieft bin bei einem Stand von 2-0. Aber egal, yes! Oh, Mann! Nein, 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 nein Nein, nein, der kriegt einen Krampf. Macht das überhaupt Sinn, so eine Reihe zu haben? Wenn x-beliebig irgendein Spiel, was ich gewinne, einfach abbricht. Macht das Sinn in irgendeiner Welt? Also muss ich nochmal in Liga 4 spielen, bis ich aufsteige. Ich bin schon aufgestiegen eigentlich, aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ciao.